Hallöchen bei Cine macht Auge. Heute ein Stream Cut oder wie das heißt. Ja, ich bin gerade live bei Twitch und wir produzieren dieses Video hier. Und heute schauen wir uns an ein Video von Biased Skeptic. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Kehrtwende bei Jordan Peterson ist die Frage. Und ja, er hat ihn wohl getroffen. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe das Video nicht gesehen, aber ich habe die ersten paar Sekunden schon mal gesehen. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich bin saugespannt. Ich habe Jordan Peterson getroffen und ihm die Frage gestellt, die mir seit Monaten auf dem Herzen liegt. Nachdem ich ihn in den zwei Videos stark kritisiert hatte, war ich auf die Antwort sehr gespannt. Spoiler, ich will euch nicht so hart klickbaiten. Das kurze Gespräch wurde im entscheidenden Moment unterbrochen. Ich finde, das ist bis jetzt alles schon sehr gut gemacht. Wir haben festgestellt, er hat ihn getroffen. Es ist irgendwas passiert und es wurde im entscheidenden Moment unterbrochen. Ja, ja, du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es geht. Und trotzdem hat sich meine Meinung über ihn verändert. Wieso trotzdem? Das wurde im entscheidenden Moment unterbrochen und trotzdem... Achso, okay. Ich habe keine Ahnung. Wir haben wir rein. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt, warum Jordan Peterson mich überzeugt hat, erklärt. Vor einigen Wochen war ich Zuhörer bei einer Konferenz, bei der unter anderem auch Jordan Peterson als Speaker aufgetreten ist. Worum es dabei genau geht und warum ich dort war, erkläre ich später im Video. Okay, ganz kurz zu Jordan Peterson. Ich weiß nur, ich muss mal hier parallel irgendwie, jetzt werde ich hier super hell gleich, mal irgendwas aufmachen. Also ich weiß, dass der Psychologe ist. Ich weiß, dass der, ja, jetzt leuchte ich hier wegen Wikipedia voll hell und so. Und ich habe so ganz viele Clips von dem gesehen. Ich bin natürlich auch so ein Social-Media-Opfer und gucke irgendwie Reels oder TikToks. Nee, TikTok habe ich nicht, weil Reels ist ja im Grunde dasselbe. Und da habe ich ihn öfter mal gesehen. Und ich fand manche Takes ganz interessant, nachvollziehbar. Manchmal, es gab auch so ein Video, das habe ich von ihm gesehen, da hat er irgendwie, haben die irgendwie, hat er irgendwie geweint. Und das, das da war dann so ein bisschen, weil ich ja auch so ein bisschen eher emotional awkward bin, fand ich dann so, was ist jetzt? Ich weiß nicht. Also wir können ja mal, ich kann ja mal hier zeigen, es gibt hier den Artikel, hat bestimmt so eine lange Liste von Kontroversen, oder? Ich meine, das ist immer alles, ähm, alles, hier, Kritik der Gender-Politik. Hä? Ach nee, warte mal. Das ist ja wie ich. Vertritt konservative Positionen. Oh Mann, ich dachte, ich wäre progressiv. Aber ich bin ja auch nicht John Peterson. Was gibt es hier noch? Äh, dann, 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 dann. Haben wir denn da noch? Kritik. Ähm, nannte Peterson in einem Blog-Eintrag als einen der derzeit einflussreichsten öffentlichen Intellektuellen der westlichen Welt. Er betonte aber, dass er auf seiner Liste Personen nach Einfluss und nicht bloß aufgrund persönlicher Zustimmung gewichtet habe. Okay, also er scheint einen Impact zu haben. Und er scheint ja irgendwie, ähm, kontrovers oder so zu sein. Ja. Hm. Äh, Walberforce03 schreibt gerade im Chat, in seinem Fachgebiet sicher Experte, aber in der Sekunde, wo er über etwas anderes redet, wird es sehr dünn. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Und damit beenden wir die Reaction auf bei Skeptik auch schon. Nein. Aber ich glaube, das ist so eine generelle Erkenntnis, die, die, ähm, auf fast alle zutrifft. Ich meine, so gesehen könnte man sagen, äh, ich beacke auch fast nur Themen, die, mit denen ich ja natürlich nicht den, wo ich nicht den Super-Deep-Dive gemacht habe. Also ich habe das, diese ganzen gesellschaftspolitischen Themen, die habe ich ja nicht studiert. Ähm, ich habe einfach Spaß, mich an der Debatte zu beteiligen, ne. Und da ist immer so dann die Frage, darf oder soll wirklich nur jeder, ich schütte gleich den Kaffee um, ähm, den, an der, sich an der Debatte beteiligen dürfen, der allumfänglich die ganze Expertise hat? Oder darf jeder irgendwie mal so mitknobeln, miträtseln, sich auch mal verirren? Und ich glaube, deswegen finde ich ja diese, diese Konzepte, wohlwollende Interpretation so geil und, äh, einfach zu sagen, ey, man kann sich auch irren. Ich höre zum Beispiel mittlerweile echt gern den Podcast Lanz und Precht. Und ich glaube, da könnte man über Precht genau das Gleiche sagen. Ich schweife voll ab, aber ist mir jetzt egal. Ähm, beim Precht-Podcast gab es irgendwann vor, das war während der EM, äh, da hatte der Precht irgendwas über, über Packing, über dieses Packing im Fußball gesagt, also das ist, wie viel Pässe gemacht, wer, äh, wie viel Pässe ein Spieler macht oder, oder Spielaktionen ein Spieler macht, wo er andere überspielt oder so. Und, äh, er sagte irgendwie, diese Statistik sei total sinnlos und hat das sehr überzeugend rübergebracht. Und das ist nun mal Precht. Precht kann sehr überzeugend, ähm, äh, reden und ist ja einfach auch, ähm, ja, sehr sprachbegabt. Und danach hatte sich Toni Kroos bei den beiden gemeldet und hat gesagt, ähm, hör mal zu, Precht, da hast du einfach scheiße gelabert. Du hast keine Ahnung von diesem Packing. Und was du da sagst, das ist echt gefährliches Halbwissen. Und ich glaube, was man einfach daraus lernen muss, ist nicht, dass man sagt, der Precht darf nichts mehr sagen, sondern der sagt erstmal was und im Zweifel kann es falsch sein. Und dass es falsch ist, ist okay. Das ist einfach in Ordnung. Und dann kommt halt Toni Kroos, der zumindest in dem Bereich ja definitiv mehr Expertise hat als, äh, Precht. Und dann wird das korrigiert. Und das war auch so. Dann nach dem Podcast war dann eben Toni Kroos und dann haben die darüber gesprochen. Und dann wurde das Ganze mehr oder weniger korrigiert. Und dann gab es irgendwie jetzt auch keinen Shitstorm. Und irgendwie, ähm, deswegen finde ich auch Twitter oder X, wie man es nennt, auch so dämlich. Weil man kann dann jetzt wieder so diesen einen Satz von Precht so rausschneiden. Und dann könnte man den Teil nicht sagen, Precht jabbert scheiße über Fußball und keine Ahnung was. Und dann können sich wieder alle aufregen. Ich finde, man sollte beides dürfen. Eine starke Meinung vertreten und die darf auch mal falsch sein. So, jetzt habe ich schon wieder irre viel gequatscht. Ich glaube, ich kann das mindestens so gut wie der liebe Imp eine Reaction bis ins Unermessliche ausdehnen. 40 Sekunden habe ich geschafft. Hören wir weiter. Zuerst klären wir das Wichtigste. Was habe ich ihn gefragt? Erstens, meine Frage an Jordan Peterson. Vor seinem Vortrag hatte ich die Chance, mich kurz vorzustellen und ein paar Wochen... Was ist das denn für ein Anzug, ey? Sind da Kreuze drauf? Okay, man soll ja nicht... Ich gucke es gar nicht. So. Tue ich wirklich nicht. Ich trinke einen Kaffee, Mann. So, man soll ja nicht aufgrund des Äußeren auf die inneren Werte oder irgendwas schließen. Aber wir können ja mal so ein bisschen Analyse machen. Also, wir haben hier den Matze und dahinter haben wir so einen Matze 2. Also, der Typ Mensch da, der scheint da wohl öfter vertreten zu sein. Hopeful B. schreibt, liest es hin an den Chat. Jo, ich lese den ab und zu. Ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Im Publikum waren zu 99% absolute Fans oder sogar Weggefährten von ihm. Deswegen war er, glaube ich, auch überrascht, als ich mich als Longtime Fan und Big Critic vorgestellt habe. Er war generell extrem höflich und von außen hatte ich auch das Gefühl, dass er jedem seiner Gesprächspartner aufmerksam zugehört hat. Deshalb hat es vielleicht nichts mit meiner Selbstbezeichnung als Kritiker zu tun. Geschadet hat diese Formulierung aber auf jeden Fall nicht. Denn, wir sind hier definitiv zu wenig. Das ist mir nicht divers genug, das Publikum. So, er hat mir definitiv zugehört. Damit er mich einordnen konnte, habe ich ihm gesagt, dass ich bereits seit 2014 Fan seiner Psychologie-Vorträge auf YouTube bin. Dass ich 12 Rules for Life super fand, Beyond Order gelesen habe und sogar sein erstes massives Buch, Maps of Meaning, unangerührt im Regal, aber auch auf meiner Leseliste stehen habe. Das ist auch interessant, der Move. Jordan Peterson, wie er das Gespräch eingeleitet hat. Und das fand ich sehr interessant. Er hat ihm gesagt, dass er ein Fan von ihm ist, dass er das und das und das gut findet und so. Und das ist natürlich voll der gute Einstieg, vor allem, wenn er kritiklos werden möchte. Denn, das habe ich mich auch schon mal häufiger gefragt, wenn ich dann nach einem Finanzwoche-Upload oder so in die YouTube-Kommentare ab und zu rein slide, was ich mittlerweile häufig, sagen wir so, ich muss mich in eine gute Verfassung bringen. Dann sage ich, also vielleicht irgendwie, wenn ich auf dem Klo sitze und scheiße und echt, keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, ach komm, gib dir mal jetzt so ein 50er-Pack Kommentare, dann guckst du mal so durch, weil irgendwie so ein bisschen Feedback will man ja schon. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn einfach einer so völlig asozial, taktlos reingeschissen kommt und erst mal, du bist ein Riesenidiot und so. Wenn man das macht, was erhofft man sich dann eigentlich, welche Reaktion das auslöst? Und ich kann es auch direkt beantworten, man erhofft sich, glaube ich, gar nichts, sondern man möchte einfach nur selber halt sein, frustlos werden. Und das ist immer dieses Phänomen, dann denke ich mir, ja, dann bist du aber nicht wirklich an einem Austausch oder einer Veränderung auch interessiert. Weil du musst ja zumindest, also ich halte das für nicht so schwer nachvollziehbar auf der psychologischen Ebene, wenn ich möchte, dass jemand anders meinem Standpunkt näher kommt, er muss ihn ja nicht gleich übernehmen, aber wenn er meinem Standpunkt näher kommen möchte, dann muss ich doch zumindest erst mal so klar machen, ich bin schon mal kein Feind. Ja, das wäre so das Erste, was ich machen würde. Ich würde sagen, wie auch hier, wie gesagt, bei Skeptik das gerade sagt, einfach, hey, ich habe vieles von dir gesehen, ich fand das echt cool. Und die Kommentare, die interessieren mich dann auch immer unter meinen Videos. Also wenn jemand schreibt, Sinan, ich habe schon mehrere Videos von dir gesehen, dann das ist zumindest mal, also es kann auch gelogen sein, jetzt gebe ich gerade Tipps, wie ich Kommentare lese, auch wenn man noch nie ein Video von mir gesehen hat. Aber natürlich ist das so ein Indiz dann dafür, dass man eben nicht einfach nur auf irgendwas reagiert jetzt, was wieder aus dem Kontext gerissen ist, sondern wenn man ein paar Videos gesehen hat, dann weiß man zumindest mal, wie ich vielleicht ticke, dass ich einen spezielleren, etwas herberen Humor habe und so weiter. Das kann man dann alles wissen. Und dann kann man ja irgendwann an den Punkt kommen, dass man dann sagt, ja, aber hier sehe ich ein bisschen was anders als du. Und ich finde das, also das merke ich ja einfach, das kann ich ja ganz ehrlich mal kommunizieren. Ich merke einfach, wie die Kritik viel krasser verfängt, wenn das so eingeleitet wird. Deswegen, ja, hat er clever gemacht, der Matze. Der ist ja auch ein cleveres Bürschchen. Mich manipuliert der bestimmt auch ständig so. Fängt dann immer an, den Chat, ey, sieh mir dein letztes Video mega gut und im Übrigen hier, ich brauche Hilfe bei XXX und dann mache ich das alles. Ja, schön doof von mir. Dazu meinte er mit einem Augenzwinkern, die Audio-Version might help. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich eben meinen YouTube-Kanal unter dem Pseudonym bei Skeptik betreibe, dass ich vermutlich der einzige Atheist im Raum bin, aber wegen meines respektvollen Austauschs mit Theologen und Apologeten hier eingeladen wurde. Da er kurz davor ein Gespräch mit Alex O'Connor, a.k.a. Cosmic Skeptic hatte, nannte ich mich ein Cosmic Skeptic für Arme für den deutschen Sprachraum. Was tatsächlich auch in vielen Teilen zutrifft. Finde ich gerade schön. Marga Schuh schreibt im Chat, nennt man Shit-Sandwich. Erst was Nettes, dann Kritik und zum Schluss nochmal was Nettes. Ich habe es halt ultra kompliziert jetzt ausgedrückt. Was ist denn hier los? Ich lebe doch hier in einer beruhigten Zone, warum ist hier Krankenwagen oder Feuerwehr oder Polizei, ich weiß es nicht. Ja, kann man auch so dann sagen. Deswegen ist auch die Ähnlichkeit im Namen nicht zufällig. Er hat mich dann gefragt, ob ich als an Religion interessierter Atheist sein neues Buch We Who Wrestle With God lesen würde. Ganz klar. Zum Schluss habe ich in wenigen Worten versucht, meine Kritikpunkte an ihm zusammenzufassen. Diese könnt ihr hier ausführlich anschauen. Der Fall des Jordan Peterson Teil 2. Im Kern aber geht es darum, dass er aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht mehr versucht hat, ein verbindendes Element zu sein, sondern sich in den Sumpf des Kulturkampfs begeben und vollständig auf eine Seite geschlagen hat. Was? Weil Skeptic hat ihn kritisiert? Ich glaube, dann gehört er jetzt zu dem Team der Wokey. Meine Frage lautet er also final, ob ihm das bewusst ist und ob er diesen Kritikpunkt fair findet. In typischer Jordan Peterson Manier hat er erstmal kurz durchgeatmet und dann gesagt, Yes, I understand the criticism, but a sufficient answer would warrant more time. Also er versteht den Kritikpunkt, aber eine angemessene Antwort würde mehr Zeit erfordern. Are you serious? Ja gut, also wenn ihr, das mache ich demnächst auch mal. Also irgendwer kritisiert mich und dann sage ich, ich verstehe den Kritikpunkt. Aber um das jetzt genauer erläutern zu können, da bräuchte ich mir einfach mehr Zeit. Aber hey, danke, dass du es gesagt hast und vergiss den Euro nicht. Leute für den Letdown. Wir konnten dann tatsächlich nur noch für ein Bild posieren und der Vortrag ging los. Wir können aber trotzdem etwas aus der Antwort vor allem in Kombination zur Kernaussage seines Vortrags ziehen. Zweitens der Vortrag. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Also die Antwort, die Antwort war es jetzt nicht. Der Vortrag Petersons war richtig gut und inspirierend. Petersons selbst hat nämlich das ganze Wochenende, wenn er gesprochen hat, kein konkretes politisches Thema angepackt. Sondern er hat mithilfe von Storytelling Metathemen behandelt. Am ersten Tag sprach er über Kain und Abel und am letzten Tag über Jona und den Wal. Also Bibelstunde oder was war das jetzt? Geschichten also aus dem Alten Testament. Sicherlich auch ein Werbegriff für sein neues Buch. Und weil wir gerade bei der Werbung für Bücher sind. Da grinst er schon wieder. Kauft sein Buch. Ich hab's gekauft. Mein Buch Dialog statt Dogma. Wie wir gesellschaftliche Konflikte lösen, ohne zu spalten. Solltet ihr bitte auch kaufen. Inzwischen war es wieder Bestseller Nummer 1 im Bereich Multikultur. Also bei dem Kaufhaus mit dem großen A. Danke dafür. Links dazu gibt's in der Beschreibung. Und sonst lasst mir für 0 Euro gerne ein Like und ein Abo da. Damit helft ihr mir und meinem Kanal auch im Ernst. Ich lese die Bibel aktuell selbst nochmal und fand das an sich schon interessant. Aber viel wichtiger war für mich, dass Peterson eben versucht hat, nicht konkret politisch zu argumentieren, sondern abstrakt. Ich hab die Bibel ehrlich gesagt, ich hab die nie gelesen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man die richtig lesen kann. Also, ich beichte jetzt hier einfach mal. Das ist ja hier, wir sind ja hier unter uns, sowas guckt ja hier kein Mensch. Ich bin gar nicht so sprachbegabt. Oh, viele sagen jetzt, ach was. Ich kann mit Abstrakten, also gerade wenn so Geschichten sehr bildlich geschrieben sind, kann ich gar nicht so viel damit anfangen. Das hatte ich schon in der Schulzeit Probleme damit. Manche sagen ja irgendwie, also ich versuch's mal mit einem Beispiel zu erklären. Man kann ja, weiß ich, man kann ein Buch schreiben, man beschreibt recht eindeutig, was so passiert. Und am besten für mich ist immer irgendwie Dialoge zwischen Menschen, da kann ich sehr gut folgen. Oder man fängt so an, weiß ich nicht, eine Szene zu beschreiben. Ich kam in den Raum und der Duft von, weiß ich nicht, alten Wäldern lag in der Luft. Der Staub der Motten glitzerte im Licht, was weiß ich. Und dann geht's immer so weiter. Und für mich sind das alles keine Informationen. Ich hab da irgendwie keinen Zugang zu. So ist die Bibel natürlich nicht geschrieben, aber ich hab da immer so reingeblättert und dachte immer so, ich verstehe, das ist ja keine zusammenhängende Story irgendwie. Das ist ganz viel so Gleichnis oder irgendwas. Ich hatte irgendwann mal einen Podcast vor ein paar Jahren mit dem Theologen zusammen. Da hatte er immer so Bibelstories nochmal neu erzählt. So für mich, so für Dummies. Das war gut. Da konnte ich mehr mit anfangen. Zumindest in diesem Raum hat er damit jeden erreicht. Er ist ein grandioser Storyteller und sein aktiver Wortschatz ist brutal beeindruckend. Beides hat er genutzt. Auf wirklich faszinierende Art und Weise nutzte Peterson die Geschichte um Jona und der Wahl, um auf die Wichtigkeit der Redefreiheit und den Mut zum Dialog hinzuweisen. Okay, also der Move, einfach nicht die Geschichte, also nicht das politisch einfach zu erklären, sondern dann zu sagen, dass man einfach ein Gleichnis oder so zeigt oder das anhand einer Story erzählt. Ich meine, ja, dafür gibt es Kunst, Kultur, Filme, Hörspiele und so weiter doch eigentlich. Also am Ende kannst du ja wahrscheinlich fast alles an Filmen und so auf irgendwelche politischen oder philosophischen Grundfragen herunterbrechen. Und ja, sollte ich das bei Sinans Woche auch mal mehr einbauen? Ich kann dir mal überlegen, wenn das so gut ankommt, dann mache ich das auch. Eigentlich nicht nur hinzuweisen, sondern das war ein absolut flammendes Plädoyer dafür. Und das habe ich natürlich gefühlt. Denn auch mir geht es um Dialog, um intellektuelle Redlichkeit und darum auch unbequeme Themen anzusprechen und zu diskutieren. Der wichtigste Teil seines Vortrags kam gegen Ende, als er dann paraphrasiert Folgendes sagte. Wenn man überzeugt von der Wahrheit einer Dache ist, sollte man immer den Mut haben, es zu sagen oder zu widersprechen, wenn man sieht, dass etwas unwahr oder falsch ist. Soweit so bekannt. Und er hat den offensichtlichen Einwand vorweggenommen. Was, wenn ich dafür kritisiert oder gar gecancelt werde? Zur Cancel Culture habe ich mich mehrfach geäußert, zum Beispiel hier. Es geht auch nicht darum, diese hoch oder runter zu stilisieren. Ob es sie wirklich gibt, ist egal. Denn fast alle denken, dass es sie gibt und haben Angst, ihre Meinung frei zu äußern. Das ist im Übrigen auch ein interessanter Punkt. Es wird ja immer ganz häufig, es gibt dann Fälle, dann wird wieder irgendwie ein Shitstorm gemacht, dann sagt einer was nicht, dann sagt jemand, ich traue mich nichts mehr zu sagen oder ich habe keine Lust, irgendwie was zu sagen, weil ich dann, weiß ich nicht, schon wieder irgendwie unter die Räder gerate oder irgendwelche Waldis aufmerksam werden und irgendwas bei Twitter rumteilen. Und dann wird immer darum gestritten, gibt es jetzt diese Cancel Culture? Und ich finde, was Bayes Skeptik gerade gesagt hat, ist total elementar. Es spielt am Ende überhaupt gar keine Rolle, ob es wirklich da ist, weil das ist ja im Prinzip eine Art Sorge, Angst und Ängste müssen ja nicht rational sein. Die müssen ja nicht mal statistisch belegbar sein, sonst dürfte es Flugangst zum Beispiel eigentlich gar nicht geben. Gibt es aber trotzdem. Und wenn diese Angst irgendwie da ist, dass man das Gefühl hat, man kann das nicht mehr sagen, also allein wenn man dieses Gefühl hat, dann ist das eben schon da und dann ist das auch in dem Moment real geworden. Und das ist vielleicht interessanterweise auch so ein Grund, warum ich jetzt gedacht habe, doch nochmal mit dem Livestream anzufangen, weil ein Stück weit steckt da natürlich schon so eine Angst dahinter oder was heißt eine Angst, eine Sorge dahinter. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt hier was sage, was ich eben nicht geskriptet habe, was ich dann vielleicht später irgendwie nochmal anders formulieren würde. Aber in dem Moment habe ich es einfach gedacht, gefühlt gesagt, also müssen wir jetzt auch nicht, es ist ja klar, dass ich jetzt nicht irgendwelche verfassungsfeindliche Scheiße raushaue, aber das war ja letztens auch schon so, dass ich wieder bei Imp im Stream einfach was zu dieser Olympia-Boxer-Debatte gesagt habe und da war auch dann wieder, bei Twitter habe ich gesehen, ich weiß, das ist eine Shit-Plattform und ich treue da auch nur rum, aber trotzdem hat ja dort auch wieder, ich glaube Baba Bartonek oder irgendwer hat es gemacht, einen Clip rausgenommen oder er hat es nur weitergeteilt, weiß ich nicht und dann so direkt wieder so ein langer Take, da in dem Satz, da sagt er etwas, was da lässt man, da kann man auf das rückschließen und so weiter. Ganz viel Spekulation dabei und jetzt ist eben die Frage, was mache ich mit dieser Information? Nehme ich jetzt irgendwie das so auf und sage, oh, da muss ich doch nochmal aufpassen, lieber keine Livestreams machen oder sage ich, nee, eigentlich nicht, eigentlich genau das Gegenteil. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und genau eben, wenn mir irgendwas komisch vorkommt, das auch sagen zu können und ich glaube da tatsächlich, also viele sind da ja schon, habe ich gesehen, auch bei Twitter schon nicht mehr überzeugt, ich glaube tatsächlich noch sehr stark an unseren Rechtsstaat und sollte ich einen Fehler machen und Sachen sagen, die nicht okay sind, ja, dann werde ich auch mit den Konsequenzen natürlich leben müssen und das werde ich auch. Also wenn ein Gericht dann irgendwann sagt, Sinan, das kann man so nicht sagen, okay, dann nehme ich das erstmal an. Also wenn es ganz absurd wird, dann gehe ich auch mal in den Widerstand, aber das dauert noch. So, wir gucken mal weiter. Das kann man vielen Umfragen entnehmen. Allein der Glaube daran macht Cancel Culture schon real. Und hier setzt Peterson an, wenn man seine Meinung aus Angst vor möglichen negativen Konsequenzen nicht mehr sagt, dann hat man bereits ein Problem, das viel größer ist, als diese Konsequenzen jemals sein könnten. Diese Selbstzensur, das schreibt gerade hier auch Mara im Chat, Selbstzensur, und das glaube ich, das unterschätzt man voll, wie früh das anfängt. Um hier auch nochmal, ich ziehe jetzt auch nochmal irgendwie Alicia mit mehr in den Abgrund. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt bei Alicia Joe. Sie hatte ja so im letzten Jahr, würde ich fast sagen, immer mal wieder, dann hat sie mit dem Impf was gemacht, mit mir was gemacht, dann war sie auch mal bei KuchenTV und so. Und sie hat ja wirklich gesagt, sie will eigentlich bewusst diese Fallhöhe reduzieren, dann ist das einmal klar, sie redet auch mit diesen Leuten. Einfach um dann das ein bisschen wegzunehmen, weil ich glaube, dass sie vielleicht auch schon so ansatzweise gespürt hat, dass das einen unter Druck setzt und dass das in eine falsche Richtung geht. Dass man dann eben anfängt, aufzupassen, was man sagt oder so. Und das wirklich in einem Bereich, wo es überhaupt nicht in Ordnung ist. Also das ist eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Entwicklung. Vor allem, wie absurd das eigentlich ist. Das, wenn ich jetzt so überlege, also Imp, Alicia, ich, ich habe jetzt noch Jay Riddle kennengelernt. Ey, das sind alle so, so, so ultra liebe Menschen. Ultra liebe Menschen, die einfach manchmal ein bisschen Spaß haben, auch mal einen Spruch zu drücken. so, aber, aber im Kern ist das alles so, so richtig, so das Gegenteil von asozial. Und, dass da schon die Diskussion stattfindet, das ist eigentlich das Absurde. Das ist wirklich, das ist die, das ist schon für mich so eine ganz krasse Fehlentwicklung. Naja, deswegen, ja, einfach machen, raushauen. Das klingt trivial, ist aber profund, weil die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob es Cancel Culture gibt, die ist, sich zu äußern. Ja, siehst du, ey, es ist geil, wie das hier gerade irgendwie zusammenkommt, zusammenpasst. Ich fühle mich bestärkt in dem, was ich tue. Einfach weitermachen, sagen, was ich denke, niemals Hass und Hetze äußern, niemals irgendwie anstacheln, keine Feindesgruppen aufmachen, mache ich alles nicht. Aber wenn ich etwas beknackt finde, dann sage ich das. Dann gibt es drei mögliche Szenarien. Erstens, wenn es keine Cancel Culture gibt, passiert nur Positives, weil wir neue Dialoge anstoßen und wieder mehr miteinander kommunizieren. Genau. Merke, kritisiert zu werden, ist keine Cancel Culture. Sehe ich genauso. Zweitens, wenn es Cancel Culture gibt, wenn also versucht wird, jemanden zu zerstören, wird Cancel Culture als das entlarvt und erst dann kann man sie aktiv herausfordern und bekämpfen. Drittens, wenn man wirklich gecancelt wird, ist das natürlich scheiße. Aber wenn wir wirklich in einer solchen Welt leben, in der das passiert, dann haben wir wirklich viel größere Probleme, als jedes Canceling uns jemals bereiten könnte. Das ist kein Aufruf zur Hetze oder dazu, das Gesetz zu brechen, sondern Hä, der hat doch gerade gesagt, ich soll mich komplett daneben benehmen und jetzt alle angreifen und gucken, ob irgendwer kritisiert. Nein, natürlich nicht. Genau, also ja, ist blöd, eine Reaction, wo ich einfach sage, das, was Ballskeptik sagt. Sondern es geht um normale Meinung. Denn der Otto Normalbürger hat er gerade normale Meinung gesagt. Guck mal, wie die das schon geschafft haben, dass wir selber, also man kann ja aus Spaß sozusagen diese hyperempfindliche Art voll adaptieren. das macht sogar, also das macht auch Spaß. So den, ich habe auch bei, bei, bei manchen Accounts, also Twitter oder auch Instagram oder so, das, das, das ist so spannend. Da gibt es richtig, ähm, natürlich die super krassen Intersektional-Wokies, aber dann gibt es auch die Troll-Accounts, die das eigentlich verarschen, die das so, jetzt mache ich mal, ich, ich mache mal so wie so ein, ähm, wie so ein Intersektional-Wokie, so auf Koks, ne? und das Witzige ist, dass die aber gar nicht dann als solches entlarvt werden, sondern von den anderen, die so ähnlich denken, dann auch noch befeuert werden. Also das ist schon, die Realsatire ist so krass geworden, dass die Satire davon gar nicht mehr als Satire erkannt wird. Das ist richtig bescheuert. Es ist ein bisschen auch lustig, aber es ist auch ein Stück weit sehr bescheuert. Ja, hat das Gefühl, bereits für Trivialitäten gecancelt zu werden. Zum Beispiel, wenn er nicht gendern möchte. How dare you? Und gegen dieses Gefühl müssen wir ankämpfen. Und wie? Indem wir dagegen ansprechen und Cancel Culture entweder als non-existentes Schreckgespenst oder als demokratiebedrohende Gefahr entlarven. Wahrheit sollte laut Peterson in jedem Fall als Motivator stark genug sein, sich auf eines dieser Szenarien einzulassen. Selbst wenn wir uns dabei potenziell im Risiko aussetzen, dann wenn wir es nicht für die Wahrheit tun, wofür dann? Drittens, die Kernbotschaft. Diese Message spricht alle Seiten in den Kulturkampf an. Deshalb ist sie auch so stark. Alle Seiten müssen am Ideenaustausch interessiert sein. Zumindest, wenn es gewisse Grenzen nicht überschreitet. Und das Gefühl, das bereits eine Trivialität, eine Grenzverletzung darstellt, ist ein großes Problem für den gesellschaftlichen Diskurs. Das können wir nur beheben, indem wir uns trauen, miteinander zu sprechen. Peterson hat mich mit diesem Vortrag wieder daran erinnert, weshalb ich ihn vor vielen Jahren so gut fand. In meinen beiden Videos habe ich auch genau das gesagt. Wenn es um Selbsthilfe und Psychologie geht, ist Peterson extrem wertvoll für die Welt. Wie stark Peterson sein kann, sieht man in seinem ersten Buch, Love for Ruth for Life. Das kann man sich auch beim heutigen Sponsor anhören, Blinkist. Aber bei Blinkist kann man sich das gar nicht anhören. Man kann da nur irgendwie so eine schnelle Zusammenfassung mitbekommen. Jetzt werde ich wahrscheinlich niemals ein Placement von Blinkist bekommen. Das Gute ist, ich mache ja gar keine Placements. Also Blinkist, ich bin da irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite, klar, das kann mir das irgendwie zusammenfassen. Auf der anderen Seite frage ich mich, es gibt ja nur zwei Szenarien. Also entweder jemand schreibt ein Buch ultra schlecht, das heißt, er baut ganz viele Redundanzen, ist das das richtige Wort, ein. Also dass es im Prinzip, er sagt zehnmal das Gleiche und dann wiederholt er sich nochmal. Das war witzig. Und dann könnte man das natürlich runterkürzen. Das ist das eine Szenario. Das andere ist, ein Thema ist einfach komplex und das Kürzen funktioniert nicht. Also gerade wenn man, ich kenne das ja aus dem Musikbereich, ich habe ja Musik-Tutorials gemacht oder gibt es immer noch, wo manche Themen einfach sehr komplex sind und die kann man nicht in fünf Minuten runterbrechen. Das geht nicht. Und dann kommt noch hinzu, Verständnis funktioniert ja häufig aber auch über Wiederholung. Also was ich eben gesagt habe, ja gut, vielleicht ist es zehnmal das Gleiche gesagt in zehn verschiedenen Beispielen. Dann kann es aber sein, dass das für den Lerneffekt, dass man das verinnerlicht, wie etwas funktioniert, total wichtig ist, dass es immer wiederholt wird. Deswegen, Blink ist, I don't know. Aber vielleicht tue ich dem auch unrecht, ich habe es noch nie genutzt. Links rekapitulieren und mein Gedächtnis triggern. Genauso habe ich es mit 12 Rules for Life gemacht. Ah, guck mal hier, da hat er schon direkt, ach Mann ey, hat er direkt ausgehebelt. Er hat es ja gelesen und mit Blinkist konnte er dann nochmal schnell rekapitulieren. Und wenn du die besten Ideen teilen willst, kannst du dazu das neueste Feature Blinkist Spaces nutzen. Dort kannst du... Auch Gaimara schreibt gerade im Chat, habe ich schon einige Zusammenfassungen bei Blinkist gehört, in denen ich festgestellt habe, dass diese nicht ganz korrekt waren und bei einem Buch sogar Fehler durch die Zusammenfassung entstanden. Ja, das ist... Ja, ich meine, man kann sich ja mal die Frage stellen, also das habe ich ja eben gesagt, du kannst irgendwie einen... so einen Absatz kannst du vielleicht kürzen, ja? Dann hast du ja irgendwas weggelassen, offensichtlich. Und ab einer gewissen Kürzung wird es einfach falsch. Das geht nicht anders. Die wichtigsten Ideen mit deinen Freunden oder deiner Familie teilen. Manchmal sind das auch die gleichen. Sie brauchen dazu keinen weiteren Account. Dein Premium-Account reißt. Ja, ist ja supergeil. Kannst du das also mit mir, deinem Bruder, kannst du das dann teilen? Weil es so viele shady... So, ja. Wann ist denn die Werbung durch? So jetzt. Deinen siebentägigen, kostenlosen Testzeiten... Nein, immer noch nicht. Der hat so ein Werbungsding da schon weggemacht. Schaut euch auf jeden Fall den Psychologen Petersen an. Okay. In diesem Bereich und zur Inspiration hat er nichts an seiner Wucht eingebüßt. Dass er sich konkret in politische Themen wagt und dabei einen spaltenden Duktus nutzt oder genutzt hat, war es mal sich trotzdem ein großer Fehler. Ja, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ich bin natürlich in der Politik, weil jetzt möchte ich ja das auch irgendwie... Also ich werde politisch, weil ich die Umsetzung auch anstoßen möchte. Ich habe ganz häufig schon gesagt, ich möchte alles so ideologiefrei haben. im Grunde, das habe ich irgendwie auch mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, da ging es dann darum, eigentlich ist jede Partei, jede Richtung in einer gewissen Art und Weise ideologisch. Im Sinne von, man hat vorher eigentlich alles debattiert, diskutiert, hat sich dann darauf geeinigt, okay, was glauben wir, was die richtigen Mittel sind? Und dann geht man ja in die Umsetzung und in der Umsetzung wird dann eben nicht mehr alles nochmal umgedreht, beleuchtet und so weiter, sondern dann wird, wenn man es jetzt genau genommen so sagen möchte, dann würde man die Ideologie, die man vorher gebaut hat, dann halt versuchen umzusetzen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, Jordan Peterson, also er meint halt, er hätte ihn lieber, glaube ich, einfach so als Ideengeber und als vorpolitischen Psychologen gehabt, denke ich mal. und ja, ich kann den Wunsch verstehen, weil gerade wenn es in die politische Richtung geht, dann wird es vor allem in den USA, es wird dann total spalterisch, also dann kannst du dich irgendwie nur für eines dieser zwei Lager entscheiden und das ist ja auch das, was mich immer ganz, ganz doll nervt, weil ich merke, wenn man ein Thema behandelt, wenn man so seine Gedanken dazu äußert, dann hören viele gar nicht zu oder was heißt viele, das stimmt nicht, manche hören gar nicht zu, lassen sich gar nicht auf den Gedanken ein, sondern versuchen nur zu verstehen oder so oder versuchen nur rauszuhören, wo befindet der sich politisch? Auf dieser Achse, also die meisten haben sowieso nur die Links-Rechts-Achse, dann könnten wir jetzt noch die autoritäre, liberale Achse dazunehmen, aber im Prinzip hören sie gar nicht zu, sondern wollen nur wissen, wo bist du? Weil sie natürlich selber sich irgendwie an einem bestimmten Punkt sehen und dann denken, okay, wie weit ist der von meiner Position entfernt? Und ich würde mir auch wünschen, dass wir manche oder viele Themen einfach in diesen vorpolitischen Bereich nochmal heben. Das ist im Übrigen der Grund, warum Sepp ja seinen Podcast vorpolitisch genannt hat. Also das war der Grund, weil es einfach diskutiert werden soll, bevor die Parteien sich drauf gestützt haben. Weil er so nur noch polarisiert und entzweit hat. Okay, da hat er aber auch einen guten Clip rausgesucht. Ja, also das ist, okay, ist natürlich jetzt auch wieder aus dem Kontext. Ich weiß ja nicht, vielleicht war das ja ein Sketch, aber klar, das ist natürlich schwierig, weil so gesehen auch ich natürlich, dann irgendwann, dann nimmt man ein Beispiel von irgendwas, was meiner Meinung nach schiefläuft. Juni82 schreibt gerade, das war leider kein Sketch. Und auch wenn ich dann irgendwie ein Beispiel nehme von natürlich irgendeinem durchgeknallten Waldi oder so, da muss man immer aufpassen, dass man dann eben doch nicht in diese Falle tappt und sagt, ja, seht ihr, so sind die. Ja, das ist ja immer der größte Fehler. Ja, aber ich hoffe, dass ich da diesen Spagat doch noch irgendwie halbwegs hinbekomme. Diese Kritik steht also weiterhin und ich weiß nicht, ob Peterson generell oder nur an diesem Wochenende eine Rolle Rückwärts gemacht hat. Aber aus diesem Vortrag und der Art und Weise, wie er mir geantwortet hat, habe ich Hoffnung, dass sich einen Denkprozess bei ihm eingestellt hat. Da hebt er jetzt aber sein, also das ist bei Skeptik. Meinst du? Meinst du auch so eine Wucht? Sich als vielleicht... Aber wir haben ja gesagt, er hat ja diese Sandwich-Methode angewandt. Ey, ich finde es mega geil, was du machst und ich habe die Bücher gelesen und so, ne? Aber hör mal auf mit dem spalterischen Scheiß. Eicht berühmt ist doch, Public Intellectual auf seine Stärken zu konzentrieren. Ah, shit. Das ist meine Rolle und nicht Petersens. Seine Rolle sollte sein, Leute zu inspirieren, indem er sich auf seine Stärken konzentriert. Storytelling, Empathische Psychologie und klar formulieren, was wir als Menschen daraus an Nutzen ziehen können. Interessant ist gerade, ich sehe im Chat, Eno Demotivationstrainer schreibt, es gab halt tatsächlich Versuche, Petersen Mund tot zu machen. real existierende Cancel Culture und wie gesagt, ich kenne die, ich kenne jetzt das bei Petersen nicht konkret, aber mir ist eins wirklich aufgefallen, vor allem, wenn man jetzt mal so Personen in der Öffentlichkeit sieht. Egal, also bei ganz vielen, die sind sehr clever, hatten einen sehr ausgewogenen Sprachstil vielleicht irgendwie und dann gibt es immer diesen Moment, wo sie persönlich dann doch irgendwie von einer Meute, egal von welcher Seite, angegriffen werden. Und dann, was anscheinend für viele schwierig ist oder wo der Mensch vielleicht grundsätzlich Schwierigkeiten hat, immun gegen zu werden, ist, dass das eben nicht am Ego kratzt und dass man nicht in diesen persönlichen Kampf verfallen sollte. Dem zu widerstehen ist anscheinend ein ganz, ganz, ganz schwieriges Ding. Sonst würden wir nicht ständig bei auch ganzen Twitch-Streamer und so, die diese Kämpfe sehen, die immer wieder entstehen. Also wir haben dann zum Beispiel jetzt irgendwie einen Prototopier, der sich gegen den Kapitalismus stark machen will und das ja eigentlich so sein Thema ist. Und es dauert immer nur irgendwie eine gewisse Zeit und dann ist sofort wieder irgendein Beef mit irgendwem. Ich glaube, KuchenTV hatte nie irgendwelche Ambitionen, hatte nie irgendwelche Ideale, die er irgendwie, also habe ich nicht mitbekommen. Und er lebt ja eigentlich dieses Beef-Game, aber also natürlich auch aus finanziellen Gründen. Aber wir sehen das ja überall. Also ab einem gewissen Zeitpunkt will dieses ganze System, dieses Ökosystem, Politik, Öffentlichkeit, Streaming und so weiter, will das auf so eine persönliche, private Ebene ziehen. Und ich habe das ja auch bei mir gemerkt. Es geht mir eigentlich um Inhalte. Ich will unterhaltsam sein, aber ich will auch irgendwie zum Nachdenken anregen. Und dann wird man persönlich angegriffen und dann überlegt man, was macht man damit? Ich hatte ja dann mit Valdi zum Beispiel mal so eine kleine Serie, wo ich dann gedacht habe, okay, wie kann ich das irgendwie ins Absurde ziehen? Ja, dass ich dann gesagt habe, okay, mit den Einnahmen, die ich durch Valdi-Videos mache, gehe ich mit Freundinnen von mir essen. So, und habe das dann auch noch irgendwie gefilmt und gezeigt, so, dass ich sage, ey, danke dir, mach weiter so, ich kann davon essen gehen. Aber auch das hat nicht dazu geführt, dass dann so irgendwie der Move kam, okay, der nimmt das irgendwie gar nicht persönlich, sondern der geht einfach nur lecker essen davon. Das hat auch nicht geholfen. Also, ich habe es dann auch wieder gelassen, weil ich schon immer so ziemlich selbstreflektiert bin, dass ich sage, ich will mich nicht, also zumindest nicht ernsthaft, wenn nur aus unterhaltsamen Gründen, nicht ernsthaft in diese Privatkriege verzetteln. deswegen, also bei Petersen, ich glaube, wenn der, wenn der auch irgendwie mal so abgerutscht, mehr oder weniger ist, dann wahrscheinlich auch, weil diese persönlichen Angriffe, die bei ihm wahrscheinlich dann noch Faktor tausend krasser waren, dass das ihn irgendwie mitgenommen hat. Und zwar alle, egal, wo sie im Kulturgampf stehen. Viertens, mein Learning. Vielleicht war das hier nur ein Strohfeuer und Petersen hat sich einfach nur PR-taktisch klug präsentiert. Ich stehe hinter meiner Kritik an Petersen zur damaligen Zeit, aber ich habe jetzt wieder Hoffnung, dass sich er etwas dreht. Und egal, was Petersen politisch noch von sich geben wird, was ihn als Redner und Inspirator auf psychologischer Ebene angeht, sucht sein Genie aus meiner Sicht seinesgleichen. So oder so wird für mich ein weiteres Learning Bestand haben. Die Wahrheit ist es wert, ausgesprochen zu werden. Ich möchte hier weiterhin keinen unüberlegten B.S. von mir geben, mir aber auch die Möglichkeit geben, spontaner und ungezwungener auf Themen einzugehen. Ich möchte hier noch auf einen Chat-Beitrag eingehen. Ratarell schreibt, Beef auf Twitch oder YouTube klickt sich leider tierisch gut. Ist ein bisschen das moderne RTL 2 oder zumindest GZSZ geworden. Sehe ich ganz genauso. Das ist Daily Soap. Vor allem, wenn wir jetzt wissen, wir haben jetzt irgendwie Mana-Zwerg, wir haben irgendwie, wir haben ein Hugo, wir haben Polytopia, wir haben Kuchen-TV-Show-Yoka, wir haben so viele Akteure und dann kann man immer so schön sehen, was gibt's Neues. Und ich finde das auch ein Stück weit spannend. Aber ich kann einfach nicht verschweigen, dass da auch ein Teil in mir ist, der sagt, das ist schon ein bisschen bitter, weil bei GZSZ würde ich sagen, da war es wenigstens so, da haben alle, die mitgespielt haben oder die noch mitspielen, ich weiß nicht, gibt's immer noch, oder? Die mitspielen, kriegen Geld dafür und die spielen das. Ja, und danach gehen die wahrscheinlich alle zusammen abends ein Bier trinken. Und wenn ich mir angucke, bei Shoyoka oder so, also, das sieht für mich überhaupt nicht gut aus, so aus der Ferne, küchenpsychologisch betrachtet, sieht das für mich sehr ungesund aus, was da passiert. Und das tut mir dann irgendwie schon leid, dass ich mir denke, ey Leute, dann macht das doch irgendwie, dann sprecht euch doch ab oder so und dann macht ihr die große Show, ist doch cool, ja, irgendwie so ein bisschen Showkampf, aber das haben auch die Hip-Hopper damals alle nicht geschafft. Das hatte mal dann irgendwie so angefangen und am Ende schießen sie sich doch irgendwie gegenseitig ab. Ich weiß auch nicht. Finde ich irgendwie, finde ich nicht so clever. Wenn ihr davon was sehen wollt, dann abonniert jetzt meinen neuen Zweitkanal. Na. Fünftens, das Event. Zur Einordnung des Vortrags noch ein paar Hintergründe. Anfang des Jahres hatte ich in Wien eine Podiumsdiskussion mit der österreichischen Nationalratsabgeordneten Dr. Gudrun Kugler. Das könnt ihr euch hier anschauen. Es ging um Wokeness und Cancer Culture. Im Nachgang hat mich Gudrun dann zu diesem nicht öffentlichen Event eingeladen. Organisiert wurde das Ganze von der ARC. ARC steht für Alliance of Responsible Citizenship und Peterson ist einer der Gründer. Die ARC hat sich zum Ziel gesetzt, eine positive und optimistische Vision für die Zukunft zu fördern, indem sie Verantwortung, Innovation und traditionelle Werte in den Mittelpunkt stellt. Sehr bekannte Unterstützer dieser Allianz sind auch Douglas Murray und Ben Shapiro. Also, es ist mindestens sehr konservativ. Da muss er selber lachen. Das hat sich auch bei den Teilnehmern gezeigt. Ich war unter einigen hundert Menschen einer der ganz, ganz wenigen Nichtgläubigen. Mein Zugang zum Event war meine Rolle als Atheist, der sich eben mit Apologetik beschäftigt. Aus dieser Brille, also Politik mal ausgeklammert, habe ich das Event beobachtet. Da fand ich einiges gelungen. V-Mann, er hat sich eingeschleust. Hast das nicht gut gemacht, war es Skeptiker, Matze, du hättest so machen müssen. Ich war unter Rechtskonservativen. Ich habe mich einschleusen lassen, was ich hier gehört habe. Anderes wiederum nicht. Ich bin aber als aufmerksamer Beobachter mal sehr gespannt, wie es mit der ARC weitergeht. Ich sehe dort viele Chancen, aber ich sehe auch, wie bei Peterson, gleichzeitig natürlich auch viele Gefahren. Sechstens, Fazit. War das nur ein Inselerlebnis oder hat sich bei Peterson etwas verändert? Das wird nur die Zeit zeigen. Mein Bild hat sich aber zumindest nach diesem Auftritt und unserer Interaktion deutlich verbessert. Ich habe wieder das Genie in Peterson gesehen und das Potenzial, das er mit seiner Popularität hätte, um die Welt wirklich besser zu machen. Man merkt schon, er ist schon ein sehr großer Fan von John Peterson. Das finde ich cool, alles gut. Aber ich finde, man merkt schon, ich habe jetzt zum fünften Mal gehört, wie genial er ist. Also dieses Influencer-Ding, das funktioniert ja schon. Also ich habe ja, ich halte ja was von dem, von dem Burschen hier. Und wenn der mir sagt, das ist so bescheuert, diese ganzen, das funktioniert immer. Wenn der mir jetzt sagt, Peterson, ja, der hat sich mal ein bisschen verirrt, aber der ist schon ein cleverer Typ, der hat schon kluge Sachen gesagt, dann bin ich bereit, das zu glauben. Also ich, natürlich muss ich den Weg gehen und mich selber auch davon überzeugen, aber da sieht man einfach nochmal, wie das funktioniert. Und ja, deswegen, dieses Sprachrohr für viele, muss man immer mit, also jetzt sagt er ja nichts Schlimmes, aber da muss man echt immer sich überlegen, was das für einen Impact hat. Genau deswegen tue ich auch das, was ich hier tue. Ich glaube, dass wir mit offenen und ehrlichen Dialogen und mit mehr Ratio im Diskurs weiterkommen. Ich versuche, eine vermittelnde Stimme zu sein und will meine begrenzte Reichweite künftig noch mehr nutzen. Deswegen mein Zweitkanal nah. Schaut da mal vorbei. Da wird sich... Er hat einen Zweitkanal? Den kenne ich noch gar nicht. Was? Sieben Tage getestet? Wo ist der Zweitkanal? Amazon, Thalia, Thalia, PayPal, Ah, Zweitkanal. Da. Hat keine Videos. Na, was ist das denn? Narrative geprüft, narzisstisch, nn, narrenfrei. Erstmal fettes Sub. Direkt mal Sub raushauen. Brother from another mother. Nee, die wollte ich nicht. Den wollte ich. So. ... sich in Zukunft einiges tun. Ich bin bei Skeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Das sehe ich genauso. Ja, finde ich gut. Also, man muss sagen, das Jordan-Petersen-Ding war ja natürlich jetzt nur so ein kurzes Erlebnis mit ihm und der hat ja einfach nur gesagt, so, guter Punkt, habe aber gar keine Zeit. Aber trotzdem, viele wichtige Aspekte genannt, die ich genauso sehe. Das war Sini macht Auge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.